Zieht der Kanzlerbonus von Karl Nehammer, punktet Andreas Babler mit der Millionärssteuer, setzen sich Kogler und die Grünen mit dem Klimaschutzthema durch oder führt Herbert Kickls Anzeige gegen zu viel Migration letztlich zu einer Wahlentscheidung oder gibt's das Kreuz ganz woanders? Die gute Nachricht vorneweg, alle die wir gefragt haben, wollen wählen gehen oder haben es per Briefwahl schon getan. Was für die Menschen zählt und was sie sich von der künftigen Regierung erwarten, ist dann aber recht unterschiedlich. Für mich ist einfach am wichtigsten, dass soziale Sachen weiter wieder verstärkt unterstützt werden, weil ich einiges schon vorhin gesehen habe, was es schon mal gegeben hat an Unterstützungen. Und was meinen Sie da jetzt konkret? Ich habe eine Tochter mit Behinderung zum Beispiel, dass für solche Menschen auch mehr da wird und das kommt jetzt ein bisschen schon ziemlich aus dem Fokus, finde ich. Boah, was erwartet man sich von einer künftigen Regierung? Das Gescheiter ist wie vorher, das war in erster Linie immer wichtig. Nicht alle wollen auf Anhieb über ihre Motive, die eine oder andere Partei zu wählen, sprechen. Was wäre Ihnen jetzt so richtig wichtig, dass die neue Bundesregierung dann in Angriff nimmt? Keinen Kommentar dazu. Sie haben gar keine Wünsche, jetzt könnten Sie einmal sagen, das müssen Sie jetzt machen. Nein, schaut, es ist einfach so, wenn man wählen geht, sage ich, nimmt man halt das geringere Übel von allen Übel. Und wie es momentan ausschaut, wie es durch nichts, sage ich, ja. Man weiß, was man nicht will. Ja. Ja, was wollen Sie denn nicht? Man will einfach das andere. Nein, das sage ich jetzt nicht. Nein, in Rechtsruck wollen wir nicht. Was geht es denn? Was ist Ihnen denn wichtig? Wer der Kanzler wird. Ja. Wenn Sie jetzt wissen genau, wen ich will. Ich kann mich nicht fragen. Ja, ich will einen Kickl, ganz einfach. Warum? Weil der für die Leute was über hat. Man hat ja gesehen jetzt, weil Schwarz und die Grünen, die die aufgeführt haben, die haben gar nichts gemacht. Nur eine große Klappe, aber nichts dahinter. Aber das sind ja auch noch die Jungwähler. Geht es ja auch wählen am Sonntag? Ja, ganz wichtig, wenn man wählen geht, finde ich. Ja, weil? Ich weiß nicht. Wir müssen ja das Recht auf Demokratie, müssen wir ja irgendwie, weiß nicht, annehmen. Und mit welcher Erwartung? Also was muss die Regierung machen, die künftige? Ja, ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist mir der Umweltschutz. Und auch natürlich trotzdem ein bisschen mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Aber auch in die Sachen, eben erneuerbare Energien, Photovoltaik, Windenergie, dass wir sich eben in dem Bereich entwickeln. Dass wir eben aus Europa sozusagen zahlen können, was wir drauf haben. 100 Prozent Wahlbeteiligung wie bei unserer Umfrage wird es am Sonntag aber wohl nicht geben.